Ah, ich grüße dich, du wunderbarer Mensch. Schau einfach mal bitte jetzt in den Spiegel und schau einfach mal, was für ein geiler, geiler Typ du bist. Oder Typin, wenn das die weibliche Form von Typ ist. Da draußen läuft gerade so geile Live-Musik, die hat mich gerade so krass inspiriert. Und ich wollte einfach nochmal was mit dir teilen, was ich auch ziemlich spannend finde. Ja, weil es geht irgendwo, gerade in der ganzen Businesswelt, gerade wenn du selbstständig bist, geht es immer um dieses ganze Ziel erreichen, arbeiten, 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 irgendwo hinkommen, Visionen und so weiter. Immer nur dieses konstante Hasseln und Rennen und Machen und Tun, vor allem Machen. Machen ist hier das Stichwort. Und du kennst vielleicht Eckart Tolle und so, da geht es immer viel ums Sein, um im jetzigen Moment zu sein. Und oft hatte ich einfach auch das Gefühl, wenn ich immer so viel am Machen bin, den ganzen Tag meine To-Do-Liste abarbeite, irgendwie immer beschäftigt bin, kriege ich überhaupt irgendwas vom Leben mit? Geht es nicht irgendwie immer nur darum, das eine Ding zu machen, dann kommt das nächste Ding, dann bist du damit wieder fertig, dann kommt wieder das nächste, dann ist wieder abends, dann gehst du schlafen, dann stehst du wieder auf, morgen Routine, bam, bam, bam. Und auf jeden Fall einfach mal zu sein. Momentan tendiere ich auch viel dazu, einfach mal weniger zu machen, um meine Tat nicht so voll zu hauen und einfach mehr, die Sachen vielleicht langsamer zu machen. Und vielleicht schaffe ich dadurch ein bisschen weniger, manchmal schaffe ich es sogar mehr oder fühle mich besser. Aber dafür ist es einfach bewusster zu machen. Ich liebe diesen Spruch von Rich Litwin, Slow down to speed up. Ja, slow down to speed up, finde ich so geil. Weil es irgendwo, gerade in der modernen, dieser ganzen Business-Welt immer nur darum geht, wie wirst du schnell wie möglich Millionär, wie wirst du schnell wie möglich erfolgreicher und dann? Wie wirst du so schnell wie möglich, wie bist du so schnell wie möglich am Ende deines Lebens oder was? Wie erreichst du schnell wie möglich alle deine äußeren Ziele, um dann zu merken, ja hey, die Ziele an sich machen dich jetzt aber auch nicht glücklich und dann, um dann zu sterben oder was? Und ja, also manchmal finde ich, habe ich mir auch mehr Intentionen anstatt Ziele gesetzt, aber dafür mache ich nochmal eine andere Podcast-Folge und mehr die Intention zu leben dieses Jahr, einfach anzukommen. Weil hey, du weißt, du bist genug, ich weiß, ich bin genug, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht ganz glauben wollen. Und dann einfach uns zu erlauben anzukommen. Weil guck mal, wie wäre es denn, wenn wir wirklich genug sind und wir glauben das? Wo ist dann irgendwo noch der Sinn, wie ein gestörter Umwohnung hinterher zu rechnen? Natürlich ist es schön, Ziele und Wünsche zu verfolgen und zu realisieren, aber was bringt uns das alles, wenn wir immer im Konstanten, immer in der Zukunft sind mit unserem Gehirn und nie einfach mal ankommen, nie einfach mal durchatmen und ankommen und die Sachen erleben, den Prozess genießen. Auch erreichte Ziele einfach mal genießen und erleben und dankbar sein. Und damit möchte ich dich auch einfach einladen, wenn du morgen willst, wenn es bei dir jetzt morgens ist oder ist es eigentlich auch egal, welche Uhrzeit es gerade bei dir ist, dich einfach mal zu fragen, wer möchtest du heute sein? Weißt du, bei uns geht es immer um To-Do, To-Do, To-Do. Was möchte ich heute machen? Was will ich heute machen? Was mache ich als nächstes? Aber wer möchtest du heute sein? Wer möchtest du heute sein? Das ist ein ganz anderer, schöner Ansatz. Ich will dir ja auch gar keine Beispiele nennen. Frag, geh einfach mal in dich selber rein und du wirst schon eine Antwort finden, bin ich überzeugt. Von wer möchtest du heute sein? Und dann fokussier dich einfach mal darauf. Weniger machen, sondern mehr sein. Peace.